Kapitel 5 Transsilvare Oh, not having phone signal or internet sucks so bad. Rare occurrence like that helps us any. Sure, it took a lot to get from Bucharest to this Forum Maris place. More than crossing the ocean, I might add. It's this blasted storm that defies the laws of physics popping in and out of nowhere all over the world. Did you hear the driver saying it was messing with the GPS? Wait, where'd that accent come from? This? Well, what are my ancient stomping grounds doing to me? Kitty, I think this is the real me. It never ends. Well, we're here. Charming town, your ancestral home. You will, of course, understand my apprehension and distrust of this place. Me being a black cat and everything? It isn't still the Middle Ages here, dummy. And as long as you're not excessively loud, people tend to not notice you can speak. Let's find peace. Right behind you. Der fehlte gerade noch. Achso, Ankunft in Transsilvanien, okay? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gibbos. Ja, hier haben wir echt viel. Obwohl, können wir auch viel machen, das ist die Frage. Wir haben Glühbirne, Touristeninformation, Statur, Abfall. Nehmen wir erstmal den Apfel. Ach man, ich bin aus Versehen auf die Maustaste gekommen. Obwohl ich die immer automatisch schon loslasse, damit ich nicht so Zuckungen bekomme und da draufklicke aus Versehen, hat es jetzt trotzdem, also mein Finger hat es jetzt trotzdem geschafft. Super. It's a tourist info thing about the statue and town in general. Yep, just as I suspected. It's a Vlad. Vlad, 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 Vlad. It's a tourist info thing about... Yep. Okay, aber das heißt, er würde sie theoretisch mitnehmen, ne, wenn ich das richtig verstehe. A description is nigh unreadable, but I'd bet my bottom dollar that's a Vlad. Okay. Weiß nicht, ob der mit Vlad irgendwie eine Anspielung auf Wladimir Klitschko oder sowas, keine Ahnung. Ja, aber offenbar kommt man ja nicht rein, ne. Da können wir rein. Warum nicht? Können wir an, um ein Kabel? It's a cable running from that inn to the reddish gate. Probably internet, I'm thinking. Okay. All I can do is follow it, I guess. Hmm. We're both following this cable, right, Gidei? Hmm, conspicuous ornate gate, with an intense red glow emanating from behind it. Did you swallow a thesaurus while I was asleep? Pray remain unobtrusive, feline. Bleib unauffällig. Stop right there, little chicklet. What's your business with the Corvins? Uh, are you talking to me, ma'am? Why, yes. Yes, I am, sweetheart. You are trying that door over there, and it's for me to decide, who goes or doesn't go through it. Um den Kabel zu folgen. Ja, ich weiß zwar noch nicht so genau warum, aber, äh, ja. I just need to go in to follow that cable there. Trying to restore the internet and GPS to the place, you know, doing some good. Oh, so you're with the people that come fiddle with the cables every once in a while? Exactly. Well, they all know the answer. So tell me this. How many pieces did Corvins' heart break into? Corvins' hearts. 386. Well, at least you've shown conviction, haven't you? Be on your way now, chicklet. I'm not really sure I understand what's going on here. You can't grasp the concept of password-protected entry? Don't they have internet where you came from, chicklet? It's just really, really slow. Ähm. I seem to have forgotten my password. Any suggestions on how to proceed? There's always the password recovery system, chicklet. Oh, cool. How do I access that? Ah, lord knows where he is right now. It's a he? Okay, also muss ich zum Gasthaus. Ja, ist eine gute Frage. Big silly black hat and bigger and sillier white moustache. Thanks. Was, was, was? Ich hab's jetzt nicht so schnell. Großer schwarzer Hut hab ich mitbekommen und noch größerer Dummer und dann war's weg. Achso, kann ich nochmal. How do I recognize... Big silly black hat and bigger and sillier white moustache. Schwarzer Hut und weißer Schnorrer Bart. Why can't you be the password recovery system? Does your wife do everything around the house while you just lie around? I don't have a wife. Doesn't surprise me. Hey. Can I go in now? As soon as you tell me the number of pieces Corvins heartbrockinto. I'll get back to you on that. A man in what I think is a traditional mask. He looks really distressed as far as I can tell. Uh, good evening? The castle. Must make it to the castle. Castle? Must reach castle. Must defend castle. I'm afraid I can't help you with that, sir. A fine example of the local populace. Hi. No, seriously. No, ni ma la el ce palid. Ma, ma, ești bine, ma frățioare? Ni ma la el ce tras la față-i, ma, săracu. Că zici că nu mânca nimic de trizele. Tu l-ai, Sylvie. Dar cum ai ajuns aici, ma? Dar de unde-i? De unde-i fi, ma? De-acu' ești? Cu curat ai venit. Ni-i, ma, și umblă cu mâța aia după el. Păi! Di la el, ma, zici că-s de la țârcuș. Mâță neagră, ma. Umblă după el, gândești că-i câne. Piu, bată-te, norocu' să te bat. Have you seen a foreign girl around here lately? Ce, mă, fete străine aici? Du-te, mă, de aici, mă. Auzi la el, fete-i tră, bă. Tu l-ai, doamne, da, păi, tu vii aici de unde-o înțărcat dracu' Copchi să caz fete. Da, păi, voi n-a văz fămea acolo, mă, doamne, iartă-mă și nu mă bate. Bă, n-am mai văzut eu nicio muiere, mă. Numai de-ale noastră, de-aici, de-ale locului. Ok, any idea where I could look for her? Eu de unde să știu, mă, copile? No, pă, vezi tu, este un han acolo așa, ni, îi zice han o vieță. Așa-i zice. Și-apăi merg tu frumos acolo pe chiseoarele tale, în adidas și tăi frumoși, și-apăi întrebi tu acolo, no, că poate știu oamenii, poate nu știu. Îi vedea tu când ajungi acolo, no, bine. Merg frumos cu mâța după tine, tu mai mă, n-ai, mă, bă, bă, faini-s, mă. Neam de neamul meu n-o văzut așa ceva. Dar cum, mă? Dar de-a din tată-n fiu suntem aici, mă, cu oile, dar cum, mă? Dar păi de când mă știu eu, mă? Și-apăi de când erau moșii mei, mă, tată-mi-o, vasilie, moșul Ioan, buna Varvara, tata-lui moșul Solomo, zici, și Ghibolu, și-apăi moșilor, tăi, 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 tăi de veacuri. Tăi pe aici, no, păi, cum? I see, weird weather we're having, mă, zici tu bine ce zici, mă, tare după așa vreme, mă, mă, eu de când mă știu așa ceva n-am văzut. Apoi când plouă, când e soare, de-ți vine țarușcă mea așa jos. Când se supără sunt Ilie și apăi trânteaște o furtune de să cacă ciorile pe ele, mă, de frică, nu mai știi cum să te îmbraci. Doamne feri, că așa ceva de când o mucă m-o făcut, eu n-am mai văzut. Ascultă tu la mine. Alright, bye. No, bine, dragul tati, te-am țucat, mă, du-te, du-te că te-or aștepta și apoi dacă nu te așteptă, no, las, că vădii că vii. Du-te, că mi-ești drag, mă, cu mâța după tine, nimă la ei, mă, mă, bă, fain ispiuu să nu-i de ochi. Du-te, dragă, merg cu Dumnezeu, te-am țucat, serus, serus. Da sa mi așteptă, s-a-băr-găr-haare mai bără. Ja. Ok, încăr-că, eu-te, hier hinten findăr euaia pe un gaste de gaste. S-a-băr-găr-găr-găr-găr-găr-găr-găr-găr-găr-găr-găr-găr-găr-găr-găr-găr-găr-găr-găr? Spiel auf meinem Telefon. Ich kenne dich. Nur so, dass du am liebsten bist, das ist alles. Mhm. Also, was spielst du? Call of Beauty 6. Ich dachte, Shooters suckten auf dem Mobile. Call of Beauty ist nicht ein First-Person-Shooter. Es ist ein Geheimdienst. Ein Geheimdienst? Wirklich? Ja, wirklich. Du spielst dieses Supermodel und jedes Mal in einem Moment musst du auf keinen Essen vor einem Show über drei oder vier Tage leben. Das ist schrecklich. Die Spiele haben seit deinem Tag verändert, mein Mann. Alles ist jetzt realistisch. Zwiebelst du so. Okay, Hut ab. Der war auf jeden Fall jetzt gelogen. Also, das mit den realistischen... Ich hatte jetzt schon irgendwie die Befürchtung, dass das in eine andere Richtung geht. Aber, äh, ja. Ähm, ja. Nicht der Ort hier. Nice place, this town. Nothing ever happens here, and I can't even get data on my phone anymore. But, yeah. Great place. Well, if you looked up from that screen every once in a while, you'd see that it is. Oh, jeez. You're one of those, aren't you? We get it. You grew up hitting a ball against the wall, not glued to the screen. You were so much better off. Thanks for the insight. Bye. Well, uh, no. That's not really what I meant. I was a nerd just like you. Oh, yeah. You're totally hip to geek them and down with the youth, Pops. Also, ich bin ganz ehrlich, ich bin voll auf der Seite des Hauptdarstellers. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Also, der linke da mit dem roten T-Shirt. Ähm, ich weiß nicht, wie alt er ist. Ich glaube, er hat am Anfang mal was gesagt. Er ist Mitte 30 oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich persönlich kann dazu nur sagen, ja, ich habe eine sehr, sehr viel bessere Kindheit gehabt als alle Kinder, die mittlerweile oder alle Jugendlichen, die mittlerweile heute draußen rumlaufen. Wir haben damals noch das Vergnügen gehabt, kein Handy zu haben. Gut, das fing natürlich auch irgendwann an. Aber wir haben das Vergnügen gehabt, ohne Handy aufzuwachsen. Das heißt, wir haben telefoniert und uns verabredet, wann wir rüberkommen sollten. Und das war dann auch so ziemlich das Einzige. Wir haben den ganzen Tag lang draußen rumgehangen. Und irgendwann bin ich natürlich auch zu dem PC gekommen. Die Zeit von C64 und später auch Amiga. War mega interessant, mega cool. War auch was Neues. Hat mich aber damals zumindest noch nie so fasziniert. Gut, die Spiele haben sich auch mega entwickelt, muss man dazu sagen, in den letzten Jahren. Hat mich aber trotzdem nie so fasziniert, dass ich jetzt das vorgezogen hätte vor anderen Sachen. Also ich war trotzdem, sage ich mal, 80 Prozent der Zeit meiner Freizeit war ich draußen und 20 Prozent am PC vielleicht. Später hat sich das dann ein bisschen verschoben. Aber, ja, mit Handy habe ich eigentlich nie viel am Hut gehabt. Also heute auch noch nicht. Ist halt zum Telefonieren da, Nachrichten schreiben. Und hier und da halt, ne, ein Spiel spielen, wenn man mal auf Toilette geht. Wer macht das nicht, ne? Oder wenn man irgendwo wartet. Hast du ein Mädchen namens Peace gesehen? Hast du eine Mädchen namens Peace gesehen? Nein, ich habe nicht. Weil ich bin einer dieser Verlust, die nicht von ihren Schrauben auf den realen Welt schauen. Genau. Ah. Nachher. Aha. Würde er erst mitkriegen, wenn ich das hier nehmen würde? Das Slingshot von dir. Ist es nicht cooler und mehr realistisch als ein Video-Games? Ich weiß nicht, aber es kann realistisch sein, dass du dir ausstattest. So, welche von diesen zwei ist es worse? Du sagst mir. Wenn du es das so gemacht hast... Ich habe es zu viel zu tun. Die Welt ist nicht bereit für es. Right. Das Ding ist nicht so schlimm. Es ist nur von den toughesten Wooden du finder an diese Parts and a virtually unbreakable rubber band. And I've used industrial-grade glue to put the thing together. Not only is it deadly, it's indestructible. Industriekleber kann man, glaube ich, mit irgendwas lösen. I'll bet I can take it apart. Easy. Really, dude? You're on. What are we wagering? Just the satisfaction of being right and in the other guy's face, kid. Okay, then. It's on. Ah, perfect. Later. Uh-huh. Okay. Dawn Imogos. Artist, creator, director, actor, visionary, modern-day Viking. Brought important contributions to the art of indie-game making to Transylvania from the distant lands of the new world. Thank you for your contributions in the field of indie-game making, Dawn Imogos. We salute you. Yeah, thanks, buddy. Da fällt mal ein, ich hab hinten gar nicht mehr geguckt, ob ich hier irgendwas übersehen hatte. Da müssten wir gleich nochmal zurückgehen. Touristen-Information. Oh, no. Not another tourist-Info-Point. Thankfully, this one seems to be abandoned. I've had enough tourist-Information stuff for a while. Ach, da geht's auch noch rein, okay. It's a withered portrait of a man with a fiercely intense stare. There's something about him. Something strange, but familiar. This is your brain on walls. Dein Gehirn an der Wand, genau. Was ist das denn? Huh. Ja, das sieht so aus, als ob irgendwie so ein... Ich hab was im Kopf, aber ich kann's jetzt schlecht beschreiben, so wie diese Ketten, die man um dem Herz liegt und was dann hier so in der Mitte verschlossen ist. Nur, dass das halt so eher wie Stacheldraht oder sowas aussieht. Leuchtetes Fenster. Ah, ich hab vergessen, doppelt zu klicken. A single solitary lit window. Who's in there? And why? Why am I even asking these questions? Also rein theoretisch, da war von hier... Nee, Moment. Wir sind daneben reingegangen. Nee, das kann nicht das... Dann ist das doch hier dieses Ratshausgebäude, oder nicht? Nah, let's just leave whoever that is alone. No reason, have a climb up there, really. Wirklich nicht? Touristinformationen? Schöder Balkon hätten wir noch. Oh, Scheinwerfer. Den hab ich nicht. Okay. 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 Ja, nimm ihn doch mit. Kannst du auch selber einen bauen. Also, wenn man's draußen dran machen kann. Das ist ne Katze? A spotlight that's supposed to be lighting that hard thing on the wall, I think. It's not working. No light bulb. Ach, dafür dann die Glühbirne. Verstehe. Sonst hatten wir hier nichts, ne? Dann können wir mit ihr jetzt erstmal reden. This lady's really interested in that mural up there. Hi there. I couldn't help but notice you're examining that mural up there. Pardon me? Oh, yes, indeed I am. Yes. Can you tell me anything about it? Why, of course. You see, there is a certain ambiguity in regard to the vivacious and decidedly histrionic undertones of the disjunctive perturbation present within the artist essentially transitional brushwork. Wouldn't you say? Uh. Of course, you must not let this hint of over-specificity on my part overshadow the obviously resonant spatial relationships between the reductive quality of the lines and the commitment to a rigorously formal approach on the artist's behalf. Actually. What you must understand is that the work echoes its own edges with its obsequious interior dialogue and even replicates itself paradoxically denying any allusion to a juxtaposed mythopoetical reality. Yeah, but what does it all mean? Are you paying attention, young man? It signifies that the structuralist paradigm under which the creator diligently operated is flush with interpolated post-dialectic musings that cannot be rightfully ignored. That's oversimplifying it a bit, but yeah, okay. What is the significance of the divided heart? It is clearly a corollary of the coronary metaphors which permeate the opacity and quintessential divergence of pervasive aesthetic hierarchies in the artist's oeuvre. Uh, I agree. What can you tell me about this bus ticket? An incisive voyagerial metaphor rectangularly encased in an obviously sarcastical homage to utter futility and cavalcading materialism. Is aber leider nötig, um, äh, zu fahren. What do you think of this slingshot? Kind of short, if you ask me. What? Inextricably inferior. I have this pocket full of trash. Ah, ah. Such a puckish post-modernist cliché turned anti-cliché or, as some would put it, muttful reversed boilerplate. Not an entirely surprising denouement coming from a distinguishably inexperienced dabbler in the arts. But one I uncontemptuously applaud, nonetheless. Yeah, it's, uh... It's just trash, really. Precisely. Wink wink, as they say. I'll leave you to a critique. Indeed, indeed. Also, ich bin ganz ehrlich, ich hoffe, mit der müssen wir auch nicht mehr reden. Ähm... It's, uh... Well, it's trash. I mostly picked it up to spite the kiddie. It's the ticket for the trip from Bucharest to here. Neat little souvenir. Ach so. It's an allegedly indestructible slingshot. We'll see about that. Nun gut, gehen wir erst mal hier rein. Oder hier rüber, so wie es aussieht. Was ist das Ding hier? An intrikate monochrome mural in stark contrast with the intense colors all around it. It seems to tell a pretty convoluted story. Hm... Da ist eine, die geht mit dem Hund auf den Drachen los. Der Typ hat den Drachen am Hals gepackt. Dem gehört er anscheinend. Die Katzen sind auch noch da. Oh mein Gott. Kann man hier irgendwas machen? Man Gemälde. Ja, aber ich kann nicht mehr... Ich kann die Maus nicht mehr benutzen. Ich kann nur noch rausgehen. Okay, vielleicht hat er irgendwas dazu zu sagen. Sonst können wir hier nichts machen. Ne, tut sie wirklich nicht. Wunderschöne Walden. Stadtmorden kann man sich auch angucken. Uh, good evening. A good evening to you, young man. Such a pretty town for Umaris. Yes, and an old and storied one too. Oh, if these walls could speak. The births, the deaths, the wars. Maybe it's better that they can't speak. Boy, what a sight, huh? Yes, yes, it is superb. The rolling hills with their scents of hay and white flowers. The gently grazing herds. Sometimes I wish they placed this bench the other way around. But, um, I guess this way you can admire the mural. Is the painting old? Old, yes. Older than most things in this town. How old exactly though, I cannot tell you. Is there a story behind it? Yes, there is. But do you have the time to listen to it? Oh Gott, das könnte länger dauern. Okay, ich sag mal ja. Yes, I do. Now, legend has it that a long, long time ago, On top of a mountain overlooking Forum Maris, A solomonar, that's an ancient wizard, Was conjuring thunder and rain when, below, A terrifying balaur, that's a dragon, Attacked the town. The masks, sworn defenders of the town, could not defeat the dragon, but could not live, either. So, they sent an innocent young shepherd girl by the name of Miwara and her dog, Azor, to beg for the solomonar's assistance. Miwara and Azor's journey up the mountain was not without peril, see, the solomonar had laid many traps and cunning magical obstacles to stop anyone from disturbing his ritual. But Miwara and Azor were smart, and agile, and resilient, so they made it to the mountain top and told off the dragon's attack. But the solomonar was red with anger, and could not see beyond the fact that a girl and her dog had conquered his defenses. And, since they had proven to be smart, and agile, and resilient, he transformed Miwara and Azor into a black and white cat, Forever cursed to roam the hills and mountains without ever resting again. Then, he did make his way down to Forum Maris and found it in smoldering ruins, and the masks all but defeated, making their last stand against the beast. He fought the dragon for three days and three nights, and finally crushed it down into the mountain, burying it in the bowels of the earth. Afterwards, he cried tears of remorse for foolishly cursing the shepherd girl and her dog, and erected a monastery in their remembrance. That castle above the town, that everyone fears, its steeple is all that remains of the monastery the solomonar built ages and ages ago. It became corrupted, and some folks say that it's from the evil that the remains of the dragon still hold. I hear the masks are once again guarding the castle now that its rightful heir has returned, but who would risk going all the way there to see if it's true? Not many, dear. Not many. Wow, that was fascinating. I'm glad to hear you say that, young man. I'm still here to tell the story, but for how long? No one really knows or cares about it other than me and the masks themselves. Maybe once I'm gone, so it shall disappear into oblivion. Let's hope not. Du könntest doch ein Buch darüber schreiben. Ich hoffe nur, dass wir keine Probleme mit dem Video kriegen, weil, ne, lizenzrechtliche Gründe wegen Musik und so weiter, die ja eigentlich ausgeschaltet sein sollte. Nein, 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 wir werden die nicht noch mal. I'll be off now. Have a nice evening. You too, young man. Goodbye. Ja, hier gibt es sonst auch nichts mehr, was ich machen kann. Und eigentlich, wenn ich so gucke, sind wir wieder am Ende von unserer Zeit. Jetzt muss ich nur schauen. Oh, jetzt steht hier eine Katze, also ein Mädchen mit einer Katze. Die sieht so ein bisschen aus wie diese Hürtin, aber das ist wahrscheinlich nur Zufall, oder? Weil das jetzt nach der Geschichte kommt. Das sind die doch. Komm, das sind die doch. Erzähl mir ja keinen. Das ist ein Unique-looking-doggy. Er ist nicht ein Doggy, Silly. Kannst du sie sehen, er ist ein Kitty-Kat? Wir sind wirklich strechen die Definition hier. Aber wie er spricht? Well, er wurde raised by ein Doggy. Duh. Er ist eine Möge-Kerbafian-Sheep-Dog. Oh, nice. Er ist ein echtes Son-of- Das ist ein sehr cool und Unique-Story. So, er ist ein Kiskus. Aha. That's how you get his attention. I want to name him something else, but I haven't come up with anything better yet. I understand. Kss, kss. I am now the second most embarrassed cat around. Auf jeden Fall soll es eine Anspielung sein. Also, das habe ich schon verstanden. Okay. What are you up to, Maria? Oh, just walking. Kss, kss. He gets real empty if I don't walk him at least twice a day. He likes that, huh? Yeah. He's the happiest kitty when he's in nature. I'd love to take him on a walk, in the hills or in the mountains. But Mom and Dad won't let me. It's too far away. I see. Did you happen to see a black girl around? No. I would have remembered that. Almost everyone around here is pasty white. It's so boring. Well, it hasn't been sunny in a while either, has it? No. And weather's been crazy lately. Thunderstorm's out of the blue. That's why I can't walk, kss, in the hills anymore. Aha. I'm a tourist. What can you tell me about Forumaris? Well, everyone says nothing ever happens here. So. God, I hope that's true. Catch you later, Maria. See you. Hmm. Okay. So, haben wir hier irgendetwas vergessen beim letzten Mal? Ich hoffe nicht. Gasthofschild. Ach, das ist das Gasthof. Ja, super. Das ist immer gut. Das ist wieder Kabel. It's a cable running from that inn to the Reddish Gate. Probably Internet, I'm thinking. Man, that's a nice warm inviting window right there. Ja, Kabel, Gasthofschild, Schloss in der Ferne. Ach, ist das das Schloss, was er meint hat? Wow, an authentically cool looking Transylvanian Castle. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal direkt hier hin, damit ich mich da nicht, äh, ja, vertun kann beim nächsten Mal. Dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann ins Gasthaus beim nächsten Mal reingehen werden. Schauen wir uns nochmal eben ganz schnell, äh, das Schild an. That's most definitely a sign saying in something. Gasthaus irgendwas. It's nice and useful where it is. Ja, das meine ich auch. Okay. So haben wir nämlich dann wenigstens hier draußen schon mal alles angeguckt und untersucht und so weiter. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und, ähm, falls einer eine Idee hat, weshalb der Typ hier links im Bild die ganze Zeit so komisch gesprochen hat und was das für ein Hinweis gewesen sein sollte, beziehungsweise, ja, soll wahrscheinlich sowas wie ein, ähm, wie ein Joke gewesen sein. Aber auf was bezogen, das habe ich jetzt leider nicht so ganz verstanden. Hörte sich für mich so ein bisschen, ja, teilweise ein bisschen wie russisch an, teilweise dann auch wieder nicht. Aber der hat so unheimlich lange gesprochen für ein Wort und irgendwie, ich weiß auch nicht. Falls mir das einer erklären kann, wäre ich da auf jeden Fall sehr dankbar drüber. Also schreibt es bitte in die Kommentare. Und ansonsten, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann ins Gasthaus gehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen. Denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao.